Ja, mein Name ist Christine Kühlewein. Ich bin hier in der GRN-Klinik Schwetzingen, der Projektleitung für verschiedenste Projekte aller Art. Und heute haben wir ein ganz besonderes Projekt, und zwar unser Mitarbeiterfest, Frühlingsfest. Das haben wir auf die ganz lange Bankschule sitzen. Eigentlich wollten wir das schon im, ja, letztes Jahr November machen, so eine Art Weihnachtsmarkt, weil da ging ja auch nichts. Man durfte ja nichts feiern, keine gemeinsamen Feste. Dann wollten wir einen kleinen Weihnachtsmarkt machen. Das ging dann coronabedingt auch nicht. Und jetzt haben wir das Ganze neu aufgelebt, haben aus dem Weihnachtsmarkt ein Frühlingsfest gemacht und dürfen endlich wieder gemeinsam Zeit verbringen mit einer sehr guten Stimmung und wollten damit einfach allen Danke sagen für die Zeit, für die, ja, jetzt zwei Jahre Pandemie viel geleistet wurde und dieses ganze Fest an alle, der gesamte Standort, ein ganz großes Dankeschön.